Guten Morgen, Dion Random hier. Ich habe ja erzählt, Dion Talks, Schokodrink. Diesen Schokodrink habe ich bekommen von Marie B. Damals kam dieses Video raus, Schokodrink für immer, du Arschloch, oder so. Und dann habe ich recht viel Schokodrinks getrinken und halt irgendwie mal Fotos davon gepostet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Heinrich war auch immer da, hat auch immer Schokodrinks getrunken. Hat mir Marie B. diesen mitgebracht. Der war allerdings, als sie den gekauft hat, war der schon abgelaufen. Also der ist abgelaufen, also er war halt auch schon direkt im Angebot hier für 59 Cent. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Jawohl. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Abgelaufen am 01.06.15, aber den behalte ich jetzt noch, bis ich den irgendwann zur Gamescom wieder abgebe. Zurück. Mal gucken.